Ne, das überdass ich euch. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Der Smiley ist nur für den Kill, für die Killstar, weißt du? Smiley! So gut, Allah! Ich bin für die Action, ihr seid für die Unterhalte. Was sagst du, was sagst du zu deinem 3er-Fuse da, Smiley in der letzten Runde? Was sagst du dazu? Ja gut, 100% Glück. Na ja, 100% Glück, 10% Glück. Smiley kann ich mir richtig gut vorstellen, in so einem ESL-Interview, weißt du? Ja. Der lacht einfach die ganze Zeit dann, ne? Ja gut, also, ne? Ja gut, also, ne? Der Smiley-Aim-Bot an, deswegen will er dazu nichts sagen. Ah! Smiley los, ey! Endlich hat uns eine gemeldet. Hahaha! Oh, Carsten im Fenster? Oh, das ist aber mutig, ey! Oh, Carsten im Fenster, Leute, ernsthaft? Weil die wissen Bescheid, was die machen, die Männer, ey! Der Leo, der weiß Bescheid, was er da macht. Aber er sagt, er meckert nachher nicht, wenn der Fuse uns gilt, ne? Ja eben, ich würd das nicht machen. Okay, ich geh mal ein Tour, Leute, ne? Hau rein! Hä? Ich wollte das nicht singen. Okay, ciao! Okay, hör an! Okay, da wollen wir doch mal schauen hier. Kamera westlicher Garten und östlicher Garten vernichtet. Danke. Danke. Leo liegt da, als würde er gerade was erwarten. Was sexuelles. Hm. Leo, hier ist Action ohne Ende rechts. Hm. Boah. Äh, bei uns ist direkt da... ...liegt einer. Komm nur da ohne? Direkt rechts von uns, ja. Hm. Ich kann jetzt natürlich nicht rausballern, großartig. Ne, ne. Okay. Da ist er auch auf. Boah. Das wird alles für die scheiß Tür da auf. Äh, einer ist hier drin, Leo. Hier. Blackbird. Hm. Bin gut erwischt, aber... Hat überlebt. Und zwei Leute drin. Oder? Heißt dennis? So. Den Biogefahrgut behälten. Oh, Ziel ist im Camp. Dem Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Vorsicht, Dennis. Ich glaube, hier ist einer drin. Links. Ja, rechts, rechts, rechts. Äh, Nachbaraum. Ja. Oh, fuck, der hat mich. Ich bin down. Scheiße. Der holt mich jetzt. Ah, kacke. Okay. Der Gegner versucht nicht mehr den... Ah, geil. Keine Chance. Mission gescheitert. Iron Operator gefallen. Keine Chance, ey. Mit seiner blauen Wasserpistole. Aber die hat gereicht, um Smiley zu töten, ey. Eben. Heftige Dudes. Dann ist ein Wachklopfer, ey. Mhm. Jetzt aber. Jetzt aber, Männer. Risch aus und go. So. Mach alles kaputt, Ben, okay? Mach die Wände kaputt mit Twitch, alles. Ja, ja, Sir. Einfach so mit Twitch die Wände sprengen, weißt du? Ich bin das Leben in Person. Ja, ja, Sir. Ja, liebe Leute. Ähm, wir müssen, ähm, grad auch mal mit euch über etwas Bösem sprechen. In den 0,2 Sekunden. Bitte unbedingt in den nächsten Tagen einen Kanal im Auge behalten. Denn es neigt sich einem Kanal zu Ende. Ein Projekt, woran wir sehr lange gearbeitet haben. Und, ähm, da kommt bald was krasses. Ja, also mehr verrate ich nicht. Und den Kanal müsst ihr selber, äh, da werden wahrscheinlich alle jetzt wissen. Aber, das ist traurig. Aber auch spannend. Also, einfach diese Woche jetzt gucken. Und dann, äh, mal sehen, was daraus wird, ne? Lasst euch mal überraschen. Oder von uns. Richtiger Badabum. Lasst euch überraschen. Es wird wunderschön. Die beste Zeit des Jahres. Er wird Ave. Er wird Ave. Ave Maria, oder? Ne, Ave Sommer. Ave Maria. Boah, lol. Hä? Leute, siehs. Lol. Hä? Was ist das denn? Hast du das gesehen? Ja, Mann. Wie geil. Häng ich da in der, in der... Der klebt da mit Sekundenkleber, ey. Hast du mal Uhu dabei? Ja, Moment. Uhu. Curry! Okay, ich könnte, ich könnte durch, durch ein Fensterweg mal ein Schiff machen. Ich möchte in aller Öffentlichkeit noch was von dir hören, ne? Was denn? Du warst jetzt in meinem Hoheitsgebiet, Curry. Hä? Ah, im Colli, oder was? In Colorado, ey. In Colorado, ey. Du bist da so in so'n Tunnel, kurz vorm Eingang, ne? Ja, ja. Wo dann nachher die Treppen hochgehen musst. Ja. Da hängt so'n Dennis-Bild an der Wand, Alter. Ja, genau. Echt, oder was? Oh mein Gott. Ey, was war das denn, Smiley, Alter? Ja, das war abends nicht, dass ich... Ja, ja. Ja, ja. Ernsthaft? Ja. Boah, du bist ein richtiger Skill-Up. Boah, der haut ja richtig raus, Alter. Ne, die Wände sind übrigens nicht abgesaved. Richtig nicht? Okay, nice. Die Außenwände, ne. Wir sind sehr oft die Liefer unterwegs, ne? Da war er. Das Fenster, nicht das Fenster kaputt machen. Nein! Okay. Das hat sich erledigt. Oh. Ja, der rennt einer die ganze Zeit draußen rum, ne, Jungs? Hier, der Macker hier. Ja, der ist Richard und Trapp, Mann. Pass auf, ich war auch jetzt hier, Dennis. Ja, die sind rechts bei uns, die beide. Warte, ich hau' eine Nade rein. Warte, 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 warte. Der rechts, ne? Der ist rechts, genau. Jo, ist verletzt. Super, super. Boah. Hast du getötet bei uns? Aber alles kalte Typ, ey. Okay, ich fahr mal mit Kamera rein. Das ist nur einer, ne? Vorsicht. Ja, aber ich hab' nach hinten geguckt in dem Moment. Ey, der rechts ist noch einer gewesen, Alter. Ernsthaft? Ja. Zwei sind drin, zwei sind drin. Leo, einer ist noch rechts. Da ist doch der Kopf. Da ist doch der Kopf. Da ist doch der Kopf. Hä? Einer vom eigenen Trub verbleibt. Leo, ich mach' nur Ruhe. Äh, Curry, da geradeaus, genau. Oh Gott. Der war ja richtig schlecht, ey. Ich war so nervös. Jetzt concentration. Damit hast du keine Chance. Hä? Geht einfach in den Reihen. Okay, 2-0. Jetzt wird wohl, jetzt wurde richtig wack geklopft. Um ehrlich zu sein, wir hatten keine Chance. Was wollen wir nehmen? Doch. Gott, ey, ich bin echt unschlüssig gerade. Frost. Schlafzimmer ist eigentlich nicht schlecht, ne? Im Frost. Schlawi ist geil, oder? Komm, machen wir Schlawi. Das ist okay, glaube ich, oder? Wir müssen nur oben dann die Klappe safen. Sicher. Weil der Boden dann, glaube ich, eh aus Holz ist. Selbstbohren. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Curry, warst du dir jemals erleben sicher? Durchatmen. Und entspannen. Kriegen wir alles hin? Benno, weißt du, was ich meine? Keine Sörgchen. Okay. Wir müssen den Bio-Befahrgutbehälter schützen. Den Raum sicher. Okay. Kann jemand die Wand machen? Gut. Äh, die Klappe oben? Ja. Hey, zack. Jetzt lassen wir uns mal eine Runde holen, da. Wäre höchst einverstanden damit. Ich hab noch ein Loch. Ich hab noch Kontaktgranaten. Ich hab noch ein Loch. Ich hab noch ein Loch. Ich kann noch ein Loch machen. Geil. Was hast du? Ich hab noch ein Loch. Oh, der Boden ist aus Holz, oder Dennis? Ja. Kann jemand das hier mit dem Nitro-Handy aussprengen? Ja, kann ich machen. Mach mal. Warte, Leo geh mal da weg. Was willst du auch noch? Über euch die Klappe. So. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann kann ich nämlich das Fenster abaimt. Ich bin nice. Mega geil. Du musst nur ein bisschen bei dir aufpassen hinten. Ja, ja. Ja, du kannst dich überraschen, weißt du. Was ist ein Blackbeard da draußen? Ja. Okay, von hier kommt gleich Action. Aus dieser Richtung. Boah, Alter. War das der Sniper war das, ne? Ne, das war so ein Blackbeard. Ach so, Blackbeard. Da kommt auch was. Aber der Blackbeard hat kein Schild mehr. Der Blackbeard. 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 Hier ist der. Unten. Vorsicht, hinter dir. Oh, fuck ey. Hätte ja klappen können. Ah, Sledge und Dings ist oben. Bei dir, bei der Klappe, oder was? Ja, ja. Ich bin tot. Aber der Sledge hat einen abgekriegt. Also bei dir da, ne? Also direkt über den Zielraum, Ben. Ja. Genau, bei uns. Macht ihr das da irgendwie? Die wissen schon, dass ich hier bin. Blackbeard is down. Nice, 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 nice. Ich glaube, du könntest hochgehen. Ja. Ich will nur schnell Zugriff haben, falls Leo in die Daumen geht, weißt du? Oh, du schickst. Oh, oben ist noch einer. Ich dachte, ihr zwei seid oben. Oh, was? Rechts, von uns zu rechts. Schieß mal da durch einfach. Okay, du musst durch die Klappe kommen. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Ach, schaffst du nicht. Boah! Alter Schwede, ey. Ich hätte bei Luke nicht eingekommen. Das ist schon ein Kaliber, ey. Hallo! Boah, der legt sich ja direkt hin, ne? Ja, ist clever, wegen Hedgehaut, ne? Ja. Bullshit, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, Manners. Nochmal aufmarschieren, ey. Komm, wir müssen dann den drehen, Leute. Wenigstens mal hier. Wir haben das schon. Wir marschieren nochmal auf. Wir geben unser Bestes. Dann fahr mal ein Sledge aus. Verbringer wäre was da. Motivation! Motivation, ey. Mutti, Mutti. Mutti-Video. Mach mal die Motivation an. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht, Horst. Da können wir da nicht so Kamerlasse hier. Ja, manchmal. Aber manchmal. Da sind deine Gegner eine Stufe zu hoch. Aber das heißt ja nix, denn wir können alles schaffen. Okay, mach mal Volumen. Skill-Volumen ist auf 4000. Ja, ist hochgedreht mit Brettchen. Gut, danke. Smiley, du bitte auch? Ja, ja. Ist immer doch oben. Ja, ja. Okay, wir sind im Tee-Raum, ne? Oder was ist das da? Äh, ja. Da, wo wir von waren, ja. Dezember. Ah, die haben Puls, ey. Wir haben sie auch. Alter Schwede. Okay, den Puls müssen wir dreck down machen. Der ist echt gefährlich, ey. Ja. Der geht echt hart auf den Sack. Der geht so richtig auf den Sack, Leute. Passt ein bisschen auf den AUS. Dass da auch einer aus dem Fenster raushängt oder so. Wer weiß. Kann ich es machen, solange der Puls am Leben ist. Ein Mira-Fennstil soll. Wir müssen den irgendwie kriegen, ey. Ob da ist, da ist auch einer. Ich mach mal da ein Loch rein, Dennis. Warte. Da ist auch einer, glory. Ich hab gehört. Nein, Dennis. Höre, Hex da vorne ist im Loch. Pass auf. Es sind alle, alle im Raum. Alle drei im Raum. Okay. Einer Fuse vielleicht benutzen, wenn es geht. Ja, aber die haben Puls. Ich bin jetzt. Ich lade nach. Feuer, Schuss. Einer ist verletzt. Alle drei sind im Raum, ne? Ja. Boah. Der Rook hat ganz, ganz, ganz wenig, Jungs. Nice. Der ist da auf. Hinterm Schild, hinterm Schild. Ah, leck mich doch am Arsch. Der Puls ist hier, der Puls ist hier. Auf der linken Seite. Nice. Die, ja, Mira ist rechts in der Ecke. Rechts hinterm Schild. Einer von links, einer von rechts. Gleichzeitig rein. Go. Zugriff. Links, links, Meili. Alle rein, ne? Gleichzeitig. Kannst du doch durchballern, oder nicht? Ne, ne. Pass auf, nicht gegenseitig töten. Jawohl. Ja, nice. Jawohl. Das war die Drecksau. Boah, in die Eier noch. Eierstöcke meine ich. Der war jetzt krass, der Punkt. Der war wichtig. Der war echt wichtig jetzt. We return, Skars. We are back. We are back. Schönes Ding, Mann. Schönes Ding, Mann. Schöner Zugriff, Mann. Smiley. Juhu. Weiter, weiter, weiter. Jetzt müssen wir einfach verteidigen. Jetzt einfach hinkriegen, Mann. Komm. Ich mach ein Puls, komm. Ich versuch nochmal Kavira. Mach mal Kappels. Baby, oder was? Baby nehmen. Achso, das ist Erdgeschoss. Das Tate zum auch nochmal nehmen. Lass uns mal Tate versuchen. Ja, Tate ist gut. Dann müssen wir echt alles absafen. Yes, ja. Dennis hat Puls. Nice, Mann. Ich finde der Puls sieht immer so komisch aus. So, mh, mh. Das ist einfach Badass-Puls, Alter. Was? Wann die was? Ich hab nichts gesagt. Ja, klar. Du hast gerade gesagt, der sieht aus wie ein Diesel oder nicht? Ja, genau. Ja, so. Bronzeler. 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 Bronzels. Der Bronz, der Bronz, der Bronz. Muss jetzt seine volle Power entfachen, okay, Ben? Ja. Vor allem, das lustig ist, wenn der so anguckt, dann hat der ja Haare. Du hast ein Bild, hat der nicht langsicht. Goll. Stimmt. Boah, der Smiley, der kennt alle Eckdaten, ey. Hä, woher siehst du das denn? Du bist doch Puls. Nee, aber ich weiß, wie er aussieht. In-Game. Fuck. Aber ich hab da nie drauf geachtet. Nee, ich hab so ein Externer an sich, Smiley, weißt du? Damit ich, äh... Ja, Third Person bei Rainfall. So wie im Battlegrounds. Genau. Der guckt nämlich so auf die Ecken dann. Bringt leider nur nichts. Wie du siehst. Ey, let's runne Ace, Mann. Ich auch. Na sicher. Dann werden wir mal rausgeschossen, Alter. Nein, warte, warte, warte. Ich muss noch raus, danke. Du bist so gütig. So gütig. Boah, du. Hat jemand noch drauf? Hä? Kann einer hier zumachen noch? Ich hab leider keine Wand mehr. So? Nee, ich mein nur Tür nur zumachen. So. Ja, genau. Oh, hier? Äh, von hier kommen die? Nichts riskieren, dass die einfach reinkommen, wenn das... Mh. Ey, Bronzo, da ist einer auf Distanz. Mh. Hier ist der. Ja. Da kam gerade was reingeflogen. Ich glaub, ne Drohne oder so. Ja, ja. Wo der entdeckt? Wo ist denn das Ding in? Der ist links da irgendwo. Ich scanne. Okay, hier ist auch jemand, Bronzo. Hier und hier. Alter, hier sind zwei Bronzo. Hier, wo ich hingucke. Hier, Curry. Und hier sind zwei. Hier sind zwei. Och, Mann. Das war gut. Ja, jetzt sind hier drei. Boah. Das ist echt, oder? Und hier ist noch einer. Da ist einer. Und hier sind jetzt, sehe ich gerade zwei. Einer ist, die sind direkt am Fenster. Jetzt kommt einer am Fenster. Da kommt einer rein. Einer rein. Okay. Ich sag, wenn der kommt. Da ist noch einer. Sag mal, wenn der kommt, dann werfe ich dein Handy hin. Okay? Ja, warte, warte. Der ist da. Der ist noch außen. Ben, pass auf, das Miere-Fenster ist auch bei dir. Oh. Also bei mir, wo ich gestorben bin, ist einer rein, ne? Okay, Curry. Pass auf, Smiley. Oh, 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 Smiley. Wir müssen wir holen, ey. Warte, warte, warte. Ihr habt noch viel Zeit. Lass die kommen, lass die kommen. Ja, spiel auf Zeit, Jungs. Spiel auf Zeit. Miley, pass auf, pass auf. Ist gebrannt. Wir sind zwei bei mir. 16 Schuss hast du nur noch Smiley. Nicht zu weit nach links gehen jetzt, Smiley. Nicht zu weit nach links gehen jetzt, Smiley. Nice. Dann bist du schon mein... Vier Schuss hast du noch, Smiley. Oh, das gibt's doch nicht, Alter. Okay, dann ist der letzte. Der Doktor hat die Operation durchgeführt, ey. Ja, das kann passieren. Bisschen noch harte Gegner. Boah. Die war nicht schlecht. Da muss man auch mal da eingestehen, ne? Geiler Hammer, ey. Da schwingt er sein, sein kräftiges, deftiges Ding. Boah, zack. Bam, Junge. Boris Johnson, ist das nicht der von... Na, egal. Ach, scheiße. Okay, Leute, dann sehen wir uns übermorgen wieder bei der nächsten Episode von Rainbow Six Siege. Hey, aber Männer, sind sie hoch. Kopf hoch. Ja, und schon wieder Golf 4. Ich war jetzt mal froh, dass sie aufgestiegen sind. Na ja, macht's gut. Wir werden zurückkommen.